Heute geht es um Part 4 unseres Angular-Tutorials. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen an diesem Sonntag zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um Part 4 unseres Angular-Tutorials. Und zwar werden wir heute damit beschäftigen, wie wir unser Screen-Design wirklich anwenden können. Das heißt, wir werden die einzelnen Komponenten, die wir erstellt haben letzte Woche, uns ansehen, also mit HTML-Elementen füllen und diese mit Sasa etwas stylen, sodass sie aussehen wie unser Screen-Design. Das Ganze ist relativ banal, würde ich sagen. Allerdings hätte ich ein bisschen darauf eingehen, wie man in Angular stylt, wie man beispielsweise externe Styles einbindet, die man global verwenden kann und so weiter. Und deswegen legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit unserem heutigen Video. Das Erste, was wir machen, wir erstellen uns ein paar grundlegende globale Einstellungen. Das Erste, was wir hier zu machen, ist, wir gehen in unseren SAS-Verzeichnis und erstellen uns hier mit Unterstrich variablen.sas eine neue Datei, nämlich die variablen.sas-Datei. Hier kopiere ich mir jetzt einfach was aus meiner vorgefertigten Demo. Und zwar sage ich zack. Und hier ist einfach alle unsere Farben drin. Hier habe ich zwei Schriften definiert, einmal Roboto-Condensed und Roboto. Und ein Cube-Maß, also eine einfache Variable, die für ein EM steht, beziehungsweise für ein RAM steht. Das Ganze speichern wir ab, können wir jetzt so schließen und vergessen. Was heißt, das brauchen wir nicht weiter. Das Nächste, was wir allerdings brauchen, ist, wir wollen mit unserer Style-CSS global einiges definieren an unserer App, beziehungsweise an unserer Single-Page-Application. Und das Erste, was hier zugehört, ist, wir definieren uns Schriften. Was heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das alles ein bisschen ordentlich aussieht. Und deswegen importiere ich einfach über die SAS-Standard-Variante Schriften, die ich in Assets vorgelegt habe. Was heißt, hier ist ein Verzeichnis mit allen Schriften. Und hier ist ebenfalls ein Verzeichnis mit drei Icons, die wir im Laufe dieses Tutorials benutzen, beziehungsweise die wir ja letzte, beziehungsweise vorletzte Woche definiert haben. In dem Moment, wo ich das jetzt abspeiche, könnten wir theoretisch die Schriften jetzt benutzen. Was heißt, wenn ich mir das Ganze hier untersuchen lasse und als externes Fenster ausgeben lasse, zack, dann sehen wir hier bei Netzwerk, bei Sources, wenn ich das Ganze neu lade, dass hier verschiedene Elemente hinzugefügt werden. Normalerweise müsste jetzt hier irgendwo, ne, stimmt gar nicht, das steht hier, ah, es wird noch nicht importiert, weil ich sie ja noch nirgends benutze. Deswegen werden sie noch nicht aufgerufen. Das werden wir aber gleich ändern. Und zwar das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir fügen hier drunter ein zusätzliches neues Kommentar ein, damit das so eine optische Trennung hat und importieren hier unsere Variablen.sas. Bei großen Projekten würde ich natürlich dahin gehen, dass man sagt, zum Beispiel Color, Schriften, globale Einstellungen, alles Mögliche so weit zerlegen mit Sass wie möglich, damit man genau weiß, was los ist. Das Nächste, was wir machen, ist noch ein bisschen simpler. Und zwar sagen wir hier einfach, ich möchte jetzt einen weiteren Kommentar hinzufügen mit Selection. Selection bedeutet einfach nur, wenn ich das Ganze jetzt abspeiche und hier aktualisiere und ich etwas auswähle, dann kriegt es unsere Standardfarbe. Das Nächste ist ein Standardbefehl, der sehr, sehr, sehr praktisch ist und zwar einfach Sternchen. Was heißt, ich selektiere jedes einzelne CSS- oder HTML-Objekt und sage Boss Sizing Border Box. Was heißt, damit machen wir uns Margin Padding sehr, sehr einfach. Das Nächste, was wir definieren, ist eine Hintergrundfarbe. Und zwar sagen wir einfach HTML, Body Margin Padding 0 von Size 10 Pixel für RAM, damit wir mit RAM arbeiten können und die Hintergrundfarbe einfach dunkel. Wenn ich das Ganze speichere, haben wir hier eine dunkle Hintergrundfarbe. Das können wir jetzt erstmal so einfach liegen lassen und vergessen. Das Nächste, was wir machen, ist etwas aufräumen. Und zwar in unserer Pagelist-Komponente gehen wir auf Pagelist und hier drin sehen wir, hier steht Pagelist Works. Aber wie kriegen wir es jetzt hin, dass das angezeigt wird? Dazu gehen wir auf unsere App-Komponente und löschen einfach alles drauf, was hier steht. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, ist alles weg. Das Schöne ist jetzt aber, wir können hier oben einfach sagen, und zwar App-Page-List, was heißt, wir sagen App- und im Anschluss der Name unserer Komponenten, in unserem Fall Pagelist, und ich drücke einfach Tab bzw. List-Tab und habe jetzt ein neues Objekt generiert. Und das kennt ihr wahrscheinlich noch nicht, sofern ihr noch nicht mit Angular gearbeitet habt, dieses, ja, dieser Präfix App- und dann den Namen des Komponenten ermöglicht, das Komponenten in andere Komponenten hineinzuladen. Das heißt, wenn ich das jetzt abspeichere, steht hier oben, ganz klein, ich scrore mal ein bisschen ran, Pagelist Works. Das heißt, wenn ich jetzt hier drin etwas verändere und das Ganze abspeichere, dann landet das oder wird es so gerendert, dass es im Pagelist-Komponent steht. Das Ganze ist sehr praktisch und wir werden damit jetzt viel machen. Das heißt, wir löschen das hier erstmal einfach raus, speichern ab und wir haben jetzt eine leere Seite. Das nächste, was wir machen, ist, wir laden unseren Header. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt App-Template-Header nutze, kann ich ganz einfach das Ganze abspeichern und habe jetzt hier oben Header-Works drin. Das heißt, in dem Moment kann ich in Template gehen, in Header und kann das hier verändern und habe es nochmal eine Stufe weiter verschachtelt. Das heißt, ich gehe jetzt auf den Header und kopiere mir hier einfach eine H1 rein mit einem Header. Das Ganze ist mit einem Span, sodass das Juhr später in einer anderen Farbe erzeugt werden kann. Ich speichere das Ganze ab und habe jetzt hier eine H1-Überschrift. Anschließend gehe ich in die SAS-Datei der Header-Komponente, also in Template, Template-Header und hier in die SAS und sage jetzt, ich möchte etwas hinzufügen. Und zwar als erstes möchte ich meine globale SAS-Datei verlinken. Das nächste, was wir hier machen, ist noch simpler im Prinzip. Wir sagen, unser Header bekommt jetzt eine Variablen, einmal oben so ein Balken mehr oder weniger, hier in der Seite weiter 100%, Padding Cube mal 2 und hier oben Cube mal 0,5. Das bedeutet einfach nur ein Rem mal 0,5. Das erzeugt noch ein bisschen mehr Modularität, falls man später die gesamte Skalierung der App anpassen möchte. Das nächste, was wir machen, ist, wir fügen unsere H1-Überschrift hinzu, stylen die so ein bisschen, dass sie aussieht wie so in unserem Tutorial bzw. in unserer Demo und sagen, das Span innerhalb von H1 soll in einer anderen Farbe dargestellt werden. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir hier unseren Header. Ich gehe hier mal wieder auf unsere Standardgröße zurück und hier habe ich nichts Besonderes Komplexes gemacht. Ich habe alles in Großbuchstaben gerendert. Das könnte man theoretisch auch mit Angular machen, dazu in einem anderen Video mehr. und hier habe ich noch ein paar Standard von Variablen vergeben. So können wir das Ganze jetzt einfach benutzen. Das Schöne ist, wenn ich diese beiden Detailen jetzt schließe und hier diesen Header habe, kommt die Hauptfähigkeit von Angular zum Tragen. Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach mehrere Header-Komponenten untereinander habe, speichere, dann habe ich einfach viele Header-Komponenten untereinander. Das Ganze ist sehr praktisch und werden wir später in aller Ausführlichkeit nutzen. Für unsere aktuelle Lage reicht es aber völlig aus, einen Header zu haben. Das Wichtige ist jedoch, wir haben jetzt dadurch, dass wir einen Header haben mit so einem kleinen blauen Balken, den man nicht gesehen hat, das ist mir gerade aufgefallen, dass wir ihn global anpassen können. Das heißt, wenn wir noch andere Unterseiten hätten, könnten wir den an einer Stelle anpassen und er würde sich überall verändern. Aber unsere List-Komponenten besteht natürlich aus mehr als neuem Header. Beispielsweise besteht unsere List-Komponenten auch noch aus einer List-View. Das heißt, irgendwo müssen unsere Dokumente angezeigt werden. Das Nächste, was wir machen, ist, wir haben hier ein neues Element. Das mache ich mir eben raus. Und zwar haben wir eine H4 mit offen. Das ist einfach unsere Überschrift, die wir im Design definiert haben. Mit einem Span und hier einem komischen Text-Viewer. Was das auf sich hat, dazu später mehr. Hier sage ich jetzt erst einfach mal 2. Das heißt, wenn ich das so abspeichere, haben wir hier so einen kleinen Text. Der hilft uns nicht sonderlich viel. Was heißt, wir wollen das Ganze auch ein bisschen stylen. Dazu gehen wir hier in unsere Style-Komponente und definieren uns hier wieder einen Weg zu unserer Variablen-Datei. Ein Kommentar, damit das optisch getrennt ist. Und sagen List-Views 100%, Padding 2% in alle Richtungen. Außerdem sagen wir hier, dass unsere H4 gestylt werden soll. Und in unserer H4 soll später das Element, also die Zahl, einfach ein bisschen kleiner sein. Das heißt, wenn ich das jetzt abspeichere, haben wir hier offen. Und die Zahl ist so ein bisschen kleiner. Und wenn ich mit der Maus drübergehe, sehen wir auch, wir haben hier so einen Cursor. Das mache ich hier mit. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass, wenn ich mit der Maus drübergehe, das Ganze sich richtig skaliert. Das heißt, ich gehe hier rein, hinterlege H4 mit einer anderen Farbe, speichere das Ganze ab. Wenn ich hier drübergehe, verändert sich die Farbe. Und dieser weiche Übergang wird mit Transition All 250 Millisekunden erzeugt. Anschließend wird noch ein letztes Element hinzugefügt. Und zwar sage ich hier To-Do-Elements mit ein paar Display-Flex-Variablen, weil hier werden später, in diesem Element werden später unsere Unterelemente gezeigt. Und das Ganze müssen wir jetzt noch definieren. Und zwar sage ich hierzu einfach, erzeugen wir einen neuen Diff-Container hier drunter. Und zwar sage ich Diff. Punkt und To-Do minus Elements abspeichern. So, das haben wir jetzt erstellt. Das Ganze kopieren wir uns jetzt zweimal und sagen das hier drunter und sagen hier erledigt. Und speichern das ab und haben jetzt hier erledigt und offen. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Elemente. Hiermit können wir noch nicht sonderlich viel machen. Das kommt alles später. Was wir jetzt machen möchten, ist, wir wollen hier drin To-Do-Punkte generieren. Und vor allem auch später unsere To-Do-Form generieren. Das machen wir jetzt als erstes. Und zwar gehen wir hierzu in To-Do-Form. Und beziehungsweise das wirklich Erste, was wir machen, ist, wir sagen hier App minus und dann Template minus To-Do minus Form. Also speichern das Ganze wieder ab, speichern es, haben jetzt hier einfach ein neues Element hinzugefügt, gehen jetzt hier drin in unsere To-Do-Form SAS-Datei, fügen hier oben wieder unser standardmäßiges Kommentar ein mit der Verlinkung zu unserer Variablen.sas und erzeugen jetzt in dem HTML-Teil unseres To-Do-Forms ein bisschen HTML-Code. Und zwar sagen wir, wir erzeugen eine Diff-Box mit der Klasse To-Do-Form. Ja, in dieser erzeugen wir zwei weitere Elemente, nämlich einmal eine Diff-Box mit To-Do-Content mit einigen wichtigen Punkten, die wir hier drin jetzt haben, die ich jetzt mal eben rauslöschen muss. Die werden später in einem kommenden Video verwendet, was heißt, wir haben in diesem Video noch keinerlei Interaktivität und sagen hier, okay, wir haben ein Input-Feld. Wir haben hier ein Create, das wird später einfach unser Button. Das Ganze speichere ich jetzt ab und jetzt haben wir hier ein Input-Feld und das Ganze sieht aber noch nicht wirklich so aus, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen kopiere ich hier jetzt noch ein paar Elemente. Und zwar das erste, was ich mache. Ich sage To-Do-Form und habe hier einfach weiter 100%. Background ist weiß, beziehungsweise wir sagen der Background unseres To-Do-Forms, ja, wir lassen das mal weiß. Beziehungsweise wir können das später, wenn wir möchten, auch noch anpassen. Ich finde weiß aber, glaube ich, schöner als diese, ja, diese Cyan-Farbe. Aber naja, können wir später entscheiden. Das nächste ist hier drin, sage ich mit Display-Flex, dass praktisch unser Button und unser Input-Feld nebeneinander zentriert wird. Das heißt, wenn ich das jetzt speichere, haben wir erstmal hier das Ganze ein bisschen größer gemacht. Es ist in einer Zeile und nicht mehr in zwei. Und jetzt müssen wir es nur noch ein bisschen weiter auspeilen. Und zwar sagen wir hier To-Do-Form, also unser To-Do-Content, müssen wir noch ein bisschen besser stylen, sodass der mit Sketch, Stretch immer auf die maximale Höhe ausgerichtet wird. Unser To-Input-Feld als solches müssen wir noch stylen. Das definiere ich ebenfalls hier drin. Und sage von Family, sage hier ein paar andere CSS-Attribute. Wichtig ist hier Break-Word. Das heißt, wenn ich das Ganze speichere, habe ich jetzt hier ein Input-Feld, was ich schreiben kann. Und es geht endlos so weiter. Das ist schon mal ganz praktisch. Allerdings sieht es noch nicht wirklich schön aus. Es fehlen nämlich noch zwei wichtige Attribute für unser Input-Feld. Und zwar hier unten, zack, einmal Input-Placeholder. Was heißt, wie sieht es aus, wenn der Placeholder gerade zu sehen ist? Und wie sieht das Ganze aus, wenn wir es mit Focus benutzen? Was heißt, Focus blenden wir aus? Wenn wir jetzt hier reinklicken, haben wir im Prinzip ein richtig schönes standardmäßiges Input-Feld und können jetzt an der Seite noch hier unseren Button hinzufügen. Das machen wir über die Create-Klasse, die unser Button besitzt. Was heißt, zack, ein bisschen CSS-Code. Damit sprechen wir diesen Div-Container, diesen Creative-Container an. Sagen einfach Farbe weiß, Schriftfarbe. Sagen hier Background-Color ist Prime. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir hier schon ein Element. Das nächste, was wir allerdings noch hinzufügen müssen, ist dafür zu sorgen, dass unser Text hier drin zentriert ist. Dazu haben wir nämlich den Text hier drin in Span stehen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir den komplett hier in der Mitte zentriert. Wenn ich mit der Maus rübergehe, haben wir Cursor-Pointer gemacht und haben jetzt hier unseren Text. Wir könnten jetzt einfach mal aus Spaß überprüfen, wie sieht das Ganze aus, wenn wir hier Second benutzen. Was heißt, oder sagen wir hier einfach auch mal Prime. Wenn wir hier unseren Prime verwenden für unseren Form und unser Input-Feld. Zack, so würde das Ganze jetzt aussehen. Finde ich persönlich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Vielleicht lassen wir es doch so. Allerdings sollten wir dann unseren Placeholder nicht Second machen. Wobei eigentlich müssten wir das, ja, wir lassen es jetzt so. Das heißt, wir haben jetzt unser Formular fertig, müssen hier an der Seite aber noch eine Border vergeben. Und zwar sagen wir Border-Left-Solid-Cube-1, also ein Pixel, und sagen hier Second. Das Ganze speichere ich ab und jetzt haben wir hier an der Seite ein Balken und nicht 1, sondern 0,1. Das heißt, jetzt haben wir hier an der Seite ein Balken und können hier neue Elemente später erstellen und haben ein richtig schönes Input-Feld. Was auch, wie ihr seht, so groß ist, dass wenn ich hier in der Seite reinklicke, schon direkt das Ganze ausgewählt habe. Das heißt, wir haben unsere zweite Komponente neben unserem Header, haben wir jetzt auch unsere Form fertig. Das nächste, was wir brauchen, das letzte, sind unsere To-Do-Felder. Hierzu gehen wir wieder, schließe ich erstmal alles, zack, und gehen hier wieder in unsere List-Komponente. Und innerhalb von To-Do-Elements erzeugen wir uns jetzt App, Template und To-Do. Zack, jetzt haben wir ein To-Do-Element. Ich mache jetzt mal nicht nur eines, weil später werden wir auch mehrere haben. Zack, haben einfach ganz viele To-Do-Elemente und können die jetzt alle stylen. Was heißt, wir gehen als erstes hier wieder auf unser SAS und sagen, wir möchten jetzt das Ganze optisch anpassen. Wieder unser Standard-Prozedere, was heißt, wir verlinken unsere globale Variable. sagen, als erstes, wir möchten unser To-Do, ups, das wollte ich nicht, habe ich nicht richtig kopiert. Was heißt, wir wollen hier unser To-Do-Element stylen. Das existiert hier aber noch nicht, deswegen muss ich jetzt als erstes sagen, ich möchte einen neuen Div-Container erzeugen. Div.to-Do. Zack, habe ein neues To-Do-Element erzeugt. In diesem Element findet sich To-Do-Content, was heißt, es ist ganz ähnlich aufgebaut wie auch unser Button. Innerhalb unseres To-Do-Elements findet sich außerdem noch Div.delete und in Delete findet sich ebenfalls wieder ein Span mit Löschen. Außerdem findet sich hier oben in Div.to-Do-Content noch einiges mehr und zwar Div.handle. Hier wird später unser Image verlinkt, was heißt, wir sagen Image, erzeugen uns ein neues Bild, sagen Punkt, Slash, Assets, Slash, Slash, Slash und dann Drag, Punkt, SVG. Das Alt brauchen wir jetzt in unserem Beispiel nicht. Das nächste, was wir zusätzlich noch brauchen, sind zwei weitere Elemente, nämlich einmal Div.to-Do-Content-Check und hier sind einige Sachen, die jetzt für dieses Video noch nicht so wichtig sind, dazu im nächsten Video mehr. Ebenfalls zwei weitere Elemente, nämlich einmal Checkbox Empty und Checkbox Done und ganz am Ende kommt hier noch einfach unser To-Do-Element hinzu und hier sind wieder Sachen drin, die wir noch nicht brauchen, das heißt, die müssen wieder rausgelöscht werden, damit das auch alles seine chronologische Korrektheit hat. Das hätte ich vielleicht besser vorbereiten sollen. Grundsätzlich haben wir jetzt alle unsere Elemente erschaffen und hier seht ihr auch schon, da sind riesengroße Icons drin, das sollten wir jetzt ein bisschen optisch anpassen. Das heißt, wir sagen als erstes, dadurch, dass wir das wieder mit Flex Flow als Road zentrieren und Align Items Stretch, können wir hier drunter einfach sagen, zack, To-Do-Content ist auch wieder eine Reihe, speichern wir ab, das sorgt dafür, dass alles in einer Reihe dargestellt wird. Das nächste, wir sagen unser Handle, also der Bereich ganz vorne, den wir später dazu benutzen wollen, das mit Drag & Drop zu bewegen, kriegt die Hintergrundfarbe Prime, die Höhe 100%, ebenfalls Flex, Margin Padding, also Padding oben und unten, links und rechts und das Ganze machen wir so, dass der Inhalt zentriert wird und wir sagen Cursor Grab. Das Ganze speichern wir jetzt ab und haben hier jetzt unser Element hinzugefügt und können jetzt, indem wir sagen, unser Image ist nicht ganz so groß, sondern alle Images, die innerhalb von Handle sind, sind maximal 20 Pixel groß, können wir das Ganze ein bisschen besser zentrieren, wie ihr seht und das Ganze sieht jetzt schon mal gar nicht schlecht aus. Das nächste machen wir ebenfalls auch mit To-Do-Content-Check, was heißt unserer Checkbox. Das kopieren wir uns einfach hier rein, sagen, okay, wir zentrieren das hier neben, sagen, unser Image ist ein bisschen größer, speichern das Ganze ab und haben jetzt hier unsere verschiedenen Elemente, die wir später verwenden können. Irgendwie ist hier ein kleiner Fehler, aber das werden wir später korrigieren. Das nächste ist, wir wollen unseren Inhalt hier drin noch richtig zentrieren können und das machen wir ziemlich easy. Das heißt, in dem Moment, wo wir hier drin sind, sagen wir, wir haben Condue Content, fügen den hinzu mit 100% weiter und sagen hier, unser Input-Feld bekommt ein bisschen Styling und zwar als erstes sorgen wir dazu, dass es keinen Rand hat und einfach in das To-Do-Feld einfach übergeht. Außerdem sagen wir, dass unser Input-Placeholder ein bisschen anders aussieht, außer ein bisschen transparent ist und wir sagen, unser Outline existiert nicht. Wenn ich das Ganze jetzt abspeicher, verschwindet das und wir haben hier ein ganz normales To-Do-Feld, mit dem wir arbeiten können und in dem wir eine ganze Menge reinschreiben können. Abschließend formatieren wir jetzt hier einfach nur noch unseren Delete-Button. Zack, ups, das war falsch. So, und haben jetzt unseren Delete-Button definiert, ähnlich wie hier unten den Erstellen-Button, im Prinzip exakt identisch, allerdings eine Ebene zu wenig. Wir müssen eine Ebene weiter runter. Zack, haben jetzt unseren Delete-Button, haben wir hier überall hinzugefügt und können jetzt theoretisch damit arbeiten. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist mehr oder weniger der Punkt, was ist, wenn unser To-Do abgehakt wird. Wir wollen dann, dass der Handle nicht angezeigt wird und wir wollen das hier durchstreichen. Das machen wir ganz einfach. Wir definieren wieder To-Do-Done, To-Do-Content, Handle ist Display-None und Content ist Text-Decoration-Line-Through. Was heißt, in dem Moment, wo ein unserer To-Do-Punkte einfach zusätzlich die Klasse Done bekommt, ist das Ganze jetzt durchgestrichen. Was heißt, irgendwie nicht. Warum ist es nicht durchgestrichen? Ah, hier steht nichts drin. Ist ja nicht der Placeholder. Was heißt, hier steht nichts drin, aber es ist durchgestrichen. Was heißt, in dem Moment, wo ich jetzt ein To-Do habe, der später die Klasse durch TypeScript bekommt, und dann haben wir eine andere Darstellung innerhalb unserer Komponente. Brauchen wir jetzt erstmal nicht, speichern wir so ab und haben das jetzt hinterlegt. Euch wird jetzt auffallen, dass wir hier zwar jetzt verschiedene Elemente hinterlegt haben, allerdings zwei Icons. Zwei Icons bedeutet im Prinzip nur, dass wir später nur eins darstellen dürfen und das werden wir mit TypeScript machen. Also ist für dieses Video erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man verstanden hat, wie genau hier alles zusammengehört. Was heißt, wie kann ich ein Design übernehmen? Ich kann jetzt beispielsweise hier drin in To-Do Elements bei erledigt auch noch zwei hinzufügen, speichere das Ganze ab und habe jetzt hier drunten auch noch zwei Elemente. Ich kann noch nichts wirklich damit machen. Ich kann noch nichts abschecken, nichts anklicken. Und das wird alles sein, was wir nächste Woche angehen werden. So, das war es später für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Könnt ihr einfach vorbeischauen. Wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch einen Link zu Amazon Affiliate oder zu Patreon, wo ihr diese Videos eher sehen könnt beziehungsweise einfach einige kleine Vorteile bekommt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.